moin meine herz allerliebsten freunde ja auch von mir ich wünsche euch ein frohes weihnachtsfest im kaiser eurer liebsten genießt die paar tage die ruhe und die kollegen die jetzt dienst haben sollten denkt dran weihnachten ist auch nächstes jahr noch mal da habt ihr vielleicht die gelegenheit auch zu hause zu sein und ich zeige euch auf jeden fall den daumen dass ihr euch jetzt gerade im dienst befindet für den bürger und dass ihr euren job macht ja ansonsten wir machen es heute ein bisschen ruhig na wir werden jetzt erst mal gleich schöne bescherung machen wie man sieht da im hintergrund da liegt schon ein bisschen was die anderen sachen sind noch in anderen räumen damit man das vorher nicht sieht na ich hoffe der weihnachtsmann ist auch bei euch fleißig liebe grüße von den sibianerinnen und sibianern die hier im haus sind und denkt dran dass ihr nicht so blutdruck krächter alles klar meine freunde haut rein lasst euch rein liebe schenken und falls nicht so viel oder sieht das aber nicht so viel oder ihr sieben ich ihr sieben